Yo, Servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shoxx und wie ihr schon am Bild erkennen könnt, haben wir nun endlich unseren eigenen Skaf Gaming Discount Code. Mit dem Code könnt ihr ganz einfach auf scuffgaming.com einen Controller kaufen und gebt dann beim Bestellvorgang den Code Killerfish mit ein. Und dann bekommt ihr auf jeden Controller 5% Rabatt, also egal ob es jetzt ein Killerfish Controller ist, was natürlich ziemlich geil wäre, wenn ihr euch den holt oder wenn es ein anderer Controller ist, ist auch egal für welche Konsole, ob es jetzt PS3, PS4, Xbox 360 oder Xbox One ist, gebt einfach den Code Killerfish ein, damit supportet ihr nicht nur uns, damit supportet ihr auch den deutschen eSport, da wir das einzig deutschsprachige Team sind, das von scuffgaming gesponsert wird. Und ansonsten poste ich euch natürlich noch die Links von Skaf Gaming und von unserem eigenen Killerfish Skaf Controller mit unten in die Beschreibung, da könnt ihr euch das mal in Ruhe anschauen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen, wir hören nun wieder voneinander, bis dann, ciao, servus, euer Shoxx. Und dann, bis 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 dann